Und damit wieder herzlich willkommen bei Sniper Elite 3. Ja, ein Panzer haben wir schon mal zerstört mit meinem Raketenwerfer. Es ist nur immer schwer Munition zu finden. Ich habe schon drei verbaselt. Oh, tschüss. Ja, hier ist auf jeden Fall keine Munition mehr. Glaube ich zumindest. Und ich habe noch eine. Das ist echt nicht ganz einfach. Oh, frei. Und hier habe ich auch nicht mehr so viel Munition. Nebenbei müssen wir auch noch so Daten erledigen. Ei, ei, ei. Hm, Panzer hat mich gesehen. Und ich bin gleich tot. Scheiße. Das war ein guter Start. Okay. Nochmal. Er ist nicht tot, okay. Er ist nicht tot, was er jetzt? Er ist nicht mehr so. Er ist nicht mehr so. Ah, ich sehe den Hüsten, das ist immer so ein Mieschen, die im Gebüsch versteckt sind. Oha, da hinten, ey. Ich wollte überfahrt, hat. Wo ist denn hier hinten einer? Ich kann nicht sehen. Okay, die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich muss mich auch noch da hoch. Oh, der scheiß Panzer ist da noch. Ach, da ist er jetzt. Was haben wir denn hier noch? Ah. Nice. Und ein Brief. Kriegsgeschichte eines Alliierten. Letzte Verteidigung. Die Männer trinken aus Second... äh... ...Leonard. Philips. Ich selbst kann es einfach nicht. Immer wieder sehe ich alles vor meinem geistigen Auge. Alle anderen Panzerabwehrkanonen waren zerstört und wir waren zum Rückzug gezwungen. Philips blieb zurück. Entschuldigung. Während wir flüchteten und wartete, bis die Panzer in Sichtweite kamen und den letzten Schuss abzugeben. Treffer. Ich hätte schwören können, er lächelte, als die Deutschen das Munitionslager trafen und er bei der Explosion ums Leben kam. Okay. Mysteriös. Hä? Wie ist der denn kaputt gegangen? Jetzt habe ich ja nur noch zwei. Voll cool. Ich könnte ja mal ein paar Minen legen, ne? Ich muss nur mal abchecken, wo der so genau langfährt. Okay, da hinten. Ähm. Hallo? Fahr mal weiter. Was ist denn mit dem jetzt los? Normalerweise kommt er noch zurück, ne? Oder fährt er rum? Ach, der fährt rum. Wie? Der Panzer ist da jetzt? Hä? Hä? Ich versteh's nicht. Da ist noch ein Panzer, aber den muss ich gar nicht. Oh. Krass. Hä? Jetzt muss ich das machen? Hä? Was zur Hölle? Achso, das ist nicht mein Hauptziel. Okay. Trotzdem leg ich hier jetzt eine Mina hin. Mal gucken, ob ich... Ähm, ja. Was haben wir hier jetzt? Dieser Sprengstoff würde eine großartige Falle abgeben. Ah, okay. Hä? Hä? Was muss ich hier machen? Zerstöre das Bombenlager. Okay, ich muss das zerstören, aber... Ich glaube, der Panzer ist im Anflug. Ne, der ist noch da hinten. Ich warte mal, bis der Panzer kommt. Oh cool, hier ist noch eins. Oh, kann ich nicht nehmen. Ich glaube, ich habe den Panzer nicht zerstört. Schade. Der steht da nämlich noch. Na super. Ja, fahr mal schön weiter. Ja. Irgendwo war hier noch einer. Was ist er denn? Oh. Hi, Panzer. Kommt der wieder hier lang? Nö, schade. Ah, jetzt geht er wieder weg, ne? Hm. Jetzt ist er wieder da hinten. Soll ich warten, bis der wieder hier hinkommt? Weil... Vielleicht kann ich den damit doch noch zerstören. Das wäre echt nice. Und ansonsten benutze ich dann gleich noch meinen Raketenwerfer. Ähm... Warte mal, ich habe ja auch einen Kamina. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh! So, wo ist er? Nicht mehr da. Na toll. War der das? Hier ist ein Soldat irgendwo. Da ist einer. Toll. Aber der scheint irgendwie nicht mehr da zu sein. Sehr mysteriös. Dann mache ich das Ding jetzt mal kaputt. Und habe die Nebenaufgabe auch gemeistert. Okay. Ich würde sagen, ich speichere mal. Gehe dann mal zu diesem anderen Panzer. Nach links. Ach, jetzt kommen sie wieder rausgebrochen hier, die Mannequins. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Soldaten. Ach. 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 Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Soldaten. Hm, okay. Kann ich hier rüber springen? Nein. Dann kannst du hier nicht rüber springen. Warum bist du so unsportlich? So, wo seid ihr denn alle? Da ist auf jeden Fall der Panzer. Da ist auf jeden Fall der Panzer. Aha. Warum ging das jetzt nicht? Scheiße. Puh. Erstmal speichern. Oh Gott, ich hab's doch irgendwie geschafft, die Panzer zu zerstören. Da muss ich hin. Okay. Dann wollen wir da mal hingehen. Okay. Ach, das ist wieder unten, ne? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Puh. Das war mal ne Herausforderung. Okay. Den Funker getötet. Aber sonst hab ich alles. Das ist schon mal ganz gut. Ähm, ja. Ja. Könnte besser sein. Aber was soll's. Endstation. Die Konstruktionsanlage der Ratte. Tief ins Massiv des Miedes geschlagen. Ein seltsamer Ort um einen Panzer zu entwickeln. Ein seltsamer Ort um einen Panzer zu entwickeln. Aber die steilen Abhänger helfen dabei sich zu verstecken. Es wird Zeit die Ratte und die gesamte Anlage zu zerstören. Dem Reich darf so etwas nicht noch einmal gelingen. Unterwegs muss ich die Produktionsbänder stilllegen. Außerdem befinden sich auf dem Weg ein paar gute Aussichtspunkte. Und wenn das erledigt ist, kümmere ich mich ein für allemal um Wahlen. So. Gucken wir mal. Wo tun wir denn hier ein neues? Hä? Ähm. Ah, cool. Das allerletzte. Und ne Thompson haben wir auch. Ach so. Oh, soll ich den gleich mal nehmen? Ich benutze ja die Thompson eigentlich eher weniger, ne? Ähm. Was ist das denn hier? Habe ich irgendwie noch gar nicht benutzt, ne? Aber was soll's. Wir lassen das so. So. Und weiter geht's. So, erreiche den Canyon-Laufstieg. Alles klar. Schleich mich mal an. Oh, sieht voll schön aus, ne? Das ist ein langer Weg nach unten. Oh. Hi. Na? Alles klar? Da ist er! Nice. Bin ich ja mal gespannt. Und. Sieht sehr cool hier aus. Wüste. Wüste, 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 Wüste. Alles klar. Mal was ganz Neues. Oh, da muss ich anscheinend hin. Äh, mal jetzt mal gucken hier. Hm, jo. Oh Gott, ich muss über diese Brücken wahrscheinlich, ne? Ja. Hallo. Hallo. Nicht. Er hat auch Langeweile, ey. Da ist er! Wow, das ist selten, dass ich mal so einen gekillt habe. Von hinten. Okay. Weiter geht's. Ja, jetzt bin ich sowieso entdeckt worden. Oh. Oh. Du Schmack! Ich seh ihn! Oh. Oh. Ja, ja. So ist das. Wie ist denn da einer? Ich will, dass jeden... Doppelschichten für alle. Nö, ich mach keine Doppelschicht. Kannst du knicken. Ah! Bäm! Sehr stört. So, eigentlich muss ich hier ja gar nicht runter, ne? Ja. Das sind Salioun. Eigentlich passt auch noch irgendwo einer. Oh, ich kann nichts erkennen. Scheiße. Wo muss ich denn hier lang? Ach, ich kann doch hier lang gehen. Okay. Miau. So, weiter geht's. Was sind sie denn jetzt? Hat sie ganz geflogen. Ja, ja, ja. Oh, ich hab die Tonne nicht. Was? Wird eigentlich die rote Tonne? Sehr schön. Ach, es hat nicht funktioniert. Oh, cool, ein Double. Das geht natürlich auch. Du mit deiner Doppelschicht. Ich mach keine Doppelschicht hier. Wie lange bis er fertig ist. Zehnt noch irgendwas? Munition oder so? Oh, nicht wirklich. Ja, dann wollen wir mal weiter. Ich muss mal ein bisschen das Bein sammeln. Ich kann mal auf. Was? Wo ist er denn? Wie spricht er denn hier? Was ist da denn? Das ist hier irgendetwas zu finden? Ich glaube, ich mach erst mal eine Pause. Auch wenn das jetzt hier mittendrin aufhört. Aber es sind mittlerweile, glaube ich, schon 25 Minuten. Und das heißt, es wird ein kleines Päuschen gemacht. Und morgen geht es auf jeden Fall weiter. Ich glaube, Rattefabrik, okay. Wir kommen der Ratte auf jeden Fall näher, habe ich das Gefühl. Und es ist wahrscheinlich ein Riesenpanzer, so wie sich das angehört hat. Und da bin ich mal echt gespannt. Also ich habe ja eigentlich echt die Schnauze voll von Panzern. Aber was soll's, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich auch gerne freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!